Hi Leute, es gibt zwei verschiedene Arten von Benzinhähnen und Benzinpumpen bei Rollern. Beide funktionieren mit Unterdruck und die zeige ich euch jetzt. Das hier ist ein Unterdruck Benzinhahn, der steckt im Tank drin. Hier ist eine Membran, die lässt dann das Benzin fließen. Und das funktioniert, indem hier Unterdruck angeschlossen ist und die Membran aufzieht und dann läuft das Benzin die Leitung entlang. Das ist bei den meisten Rollern verbaut, bei denen der Tank halt oben ist. Es gibt aber auch Roller, die haben den Tank im Helmfach, also nicht im Helmfach oder beim Helmfach, sondern die haben den Tank im Fußboden. Und da benötigt es eine Pumpe, um den Sprit zum Vergaser zu bringen. Und die sieht so aus. Diese bekommt, ich hoffe man kann es sehen, diese bekommt dauerhaft Unterdruck vom Korbelwellengehäuse. Und zieht dann mit einer Leitung das Benzin aus dem Tank. Hier ist der Tank im Fußraum. Und dann über diese Leitung gelangt dann das Benzin zum Vergaser. Das ist eine Pumpe und kein Hahn. Wie schließt man so eine an? Der äußerste Anschluss ist immer für den Unterdruck. Normalerweise ist er auch mit einem Pfeil gekennzeichnet. Die größte Leitung daran ist die, die zum Tank geht. Und dann die kleinere Leitung, ist meist auch ein Pfeil gekennzeichnet, geht dann zum Vergaser. Meist ist noch ein kleiner Zwischentank vor dem Vergaser, als Puffer sozusagen. Denn in Kurvenfahrten mit leerem Tank kann es schon mal knapp werden sonst. Das wollte ich euch mal kurz erklären. Denn viele Leute schließen die oft falsch an und wundern sich dann, warum kein Benzin kommt. Genauso der Unterdruck Benzinhahn. Ich habe schon bei vielen Rollern gesehen, die nicht liefen, dass der falsch angeschlossen war. Also wie gesagt, unten ist immer Unterdruck und oben läuft dann das Benzin raus. Man kann es auch ganz leicht unterscheiden. Der Benzinanschluss ist groß und der Unterdruckanschluss ist etwas kleiner. Zudem kann die Membran auch mal kaputt gehen. Das ist jetzt nicht so tragisch, weil dann läuft einfach immer Benzin in den Vergaser. Aber der Vergaser sollte ja von selbst mit seinem Schwimmer stoppen. Ist jetzt in dem Sinn nicht tragisch, da er dann immer Benzin anliegt. Problem ist nur, wenn man den Vergaser ausbauen oder reinigen möchte, läuft permanent Benzin nach. Und man müsste erst den Tank entleeren. Dafür ist ja eigentlich das Teil da. Ja, das war es soweit. Das war es soweit.